Hallo, ich bin die Theresa. Ich bin hier am Haller aufgewachsen und führe den jetzt seit vier Jahren mit meiner Familie. Haller ist ein Herzensprojekt. Haller ist Leben im Weinberg, bei uns, mit uns, das zu erleben. Sei es im Weinberg, im Garten, in die Küche mitzugehen oder ein Restaurant zu erleben und einfach so natürlich wie wir auch sein. Ich glaube, uns zeichnet aus, dass wir unsere Werte leben, die für alle spürbar und erlebbar machen. Das heißt, wir nehmen die Natur mit auf in unseren Alltag und mit der versuchen wir auch zu inspirieren. Wir wollen die Natürlichkeit und auch die Beständigkeit in Kalle mitgeben. Mein Name ist Lewin, ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Belgien. Ich bin jetzt seit sieben Jahren dort bei Haller und in Brixen und bin für die Kulinarik zuständig. Mit dem Umbau 2019 haben wir die AO-Restaurantküche von traditioneller Wirtshausküche auf ein modernes Konzept geändert, bei dem wir auf regionale und saisonale Gerichte achten, Produkte achten, die wir auf den Teller bringen möchten, mit so wenig Kilometern wie möglich. Als erstes bin ich natürlich Küchenchef hier im Auer-Restaurant, aber als Koch heißt es nicht nur Koch zu sein, sondern es gibt andere Bereiche, die auch dazugehören. Wir haben unseren eigenen Garten, wo wir unsere eigenen Produkte beziehen über die Sommermonate. Wir beziehen ganze Tiere, das heißt wir zerlegen diese wie ein Metzger, wir backen unser eigenes Brot, wo wir natürlich auch den Beruf des Bäckers irgendwo weiterbringen in der Küche und natürlich da ganz viel Kreativität ausüben müssen. Morgens früh wird das Obst und Gemüse bei uns im Garten geerntet, welcher der Weg sehr kurz ist in unsere Küche, wo untertags die Sachen von uns vorbereitet werden und der Gast am Abend die maximale Frische auf dem Teller genießen kann. Leben im Weinberg, das kann man erleben, wenn man zu uns kommt. Und zwar finde ich einfach, dass unsere Gäste fast schon im Weinberg schlafen. Durch die Terrassenbauweise ist das Haus integriert in den Weinberg und es wartet in der Früh auf, danach erlebt es den Weinberg, ein Zimmer, ein kleiner Suite und danach kommt es praktisch ins Restaurant, erlebt es, schmeckt es. Wir lieben und leben Gastronomie und wollen unseren Gästen eine Casual Fine Dining Experience bieten, bei dem sie einen schönen Abend bei uns genießen können.